Herzlich willkommen zur Talk24 am 9. Juni. Die Drogeriekette dm hat die Preise für Corona-Selbsttests gesenkt. Die Drogeriemärkte bieten die Tests zu Stückpreisen ab 95 Cent an. dm begründet den Schritt mit drastisch gesunkenen Einkaufspreisen. Teilweise ziehen auch Apotheken bei der Rabattschlacht mit. Eine Berliner Apotheke beispielsweise bietet ihren Kunden ab einem Einkaufswert von 15 Euro einen kostenlosen Selbsttest an. Der Inhaber will mit der Aktion die Diagnostiker anbieten, die ihren Verfalldatum näher rückt. Das E-Rezept wird ab dem 1. Juli in der Fokusregion Berlin-Brandenburg mit maximal 120 Apotheken und 50 Arztpraxen erprobt. Patienten könnten aber auch außerhalb der Region versuchen, elektronische Verordnungen einzulösen. Apotheken befürchten daher, retaxiert zu werden, wenn sie die Rezepte bedienen. Doch ab der Präsidentin Gabriele Oberwiening gibt Entwarnung. Alle Voraussetzungen seien geschaffen, um auch außerhalb der Fokusregion abzurechnen. Allerdings könnte es sein, dass die Softwarehäuser die für Bedienung und Abrechnung notwendigen Updates noch nicht überall im dritten Quartal freischalten. Die erste Grippesaison ist vorbei, in der Apotheken Grippeschutzimpfungen durchführen konnten. Aus Sicht der Modellregion war der erste Anlauf ein Erfolg. Aus Sicht des Verbands Innovative Apotheken, kurz VIA, nicht. Deshalb bietet der Verband nun in Zusammenarbeit mit einer Ausgründung der ETH Zürich eigene Weiterbildung an und hofft künftig nicht nur über eine größere Zahl von Grippeimpfungen in Apotheken, sondern vor allem darauf, dass bald in Offizien auch gegen Covid-19 geimpft werden darf. Bei Stada gibt es einen Wechsel im Management. Deutschlandchef Elko Ockers scheidet aus, seinen Posten übernimmt Europachef Dr. Steffen Wagner zusätzlich. Ockers war vor zwei Jahren nach Bad Vilbel gekommen und hatte die Verantwortung für das komplette Geschäft auf dem Heimatmarkt. Wagner ist seit 2018 bei Stada und für das Geschäft in Europa außerhalb Deutschlands zuständig. Er ist Arzt und hatte zuvor für Novartis und Biogen gearbeitet. Ein Apotheker und Impfskeptiker im US-Bundesstaat Wisconsin hat Dosen des Corona-Impfstoffs Moderna verderben wollen. Dafür muss er jetzt drei Jahre ins Gefängnis. Zudem muss er seinem Arbeitgeber, einem Krankenhaus in der Ortschaft Grafton, Schadenersatz in Höhe von umgerechnet knapp 70.000 Euro zahlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Atock24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Atock. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.